Einen wunderschönen guten Nachmittag heute bei unserem Webinar Wednesday mit Manu Nemzen, meiner Wenigkeit, Ralf Kastenhofer. Heute geht es um das spannende Thema KI, insbesondere im Dativ-Kontext. Wir zeigen euch ein paar Einblicke in die KI-Werkstatt, die jetzt seit einigen Monaten bereits von der Dativ-Plattform angeboten wird. Wie komme ich überhaupt dorthin? Was kann die KI-Werkstatt für mich lösen? Wie kann man das Ganze in seinem Kanzlei-Alltag auch ein Stück weit mit einbringen? All das zeigen wir heute. Wie immer wird das Ganze aufgezeichnet, im Anschluss auf YouTube hochgeladen, auf unserem YouTube-Channel. Sie können gerne Fragen stellen. In den meisten Fällen werde ich im Anschluss zur Präsentation darauf eingehen und dadurch moderieren. Und Herr Mellon würde es entsprechend dazu Rede und Antwort stellen. Wenn Sie im Nachgang irgendwelche Fragen haben, gerne auf unsere Follow-up-E-Mail reagieren oder Ihren Kundenverantwortlichen anschreiben. Jetzt wäre quasi mein Part soweit gegeben. Manu, du darfst gerne übernehmen. Ich schaue im Hintergrund auf die Fragen. Ja, vielen Dank Ralf. Hallo zusammen. Schönen Nachmittag, auch wenn er heute ein bisschen wärmer ist. Ich hoffe, man hört meinen Ventilator nicht. Aber der Ralf hat mir versprochen, man hört ihn nicht. Wenn man ihn hört, es tut mir leid. Aber es ist wirklich sehr wahr. Aber soll uns nicht trüben. Wie der Ralf schon angedeutet hatte, haben wir eigentlich heute ein schönes Thema. Ich finde auch ein wirklich schönes Thema und zwar die KI-Werkstatt. So nennt das die Dativ. Das heißt, was ist das überhaupt grundsätzlich? Das ist ja auch der Titel, den wir heute verfolgen. Die KI-Werkstatt von der Dativ, die gibt es schon sehr lange. Und die Dativ probiert sich in dieser, deswegen nennt man das auch Werkstatt, einfach mal aus, was man mit künstlicher Intelligenz an Software benutzen kann. Und was wären denn so alltägliche Helfer im Kontext der Steuerberatung oder Steuerberater, sagen wir es mal so rum. Heißt, die Dativ hat sich dann irgendwann dafür auch entschieden, diese KI-Werkstatt nicht nur für sich intern irgendwie zu machen, sondern sagt, ach, es wird auch nett, wenn wir das einfach mal an die Mitglieder auch mal bereitstellen. Und so ist es dann quasi dazu gekommen, dass die Dativ-KI-Werkstatt halt auch öffentlich geworden ist. Und diese Öffentlichkeit, ja, es nimmt sehr viele ganz gut an, aber im Endeffekt muss man immer noch dazu sagen, es ist wirklich ein Werkstattprodukt. Das heißt, es ist nichts irgendwie, was man jetzt irgendwie direkt erwerben oder benutzen könnte oder wie auch immer. Aber das Ziel der Dativ ist, von der Werkstatt so viel Input mitzunehmen von den Mitgliedern, die sich damit befassen, um dann das daraus, dass die Quick-Essenz rauszuziehen und vielleicht in ihren Produkten, in den wirklichen Produkten der Dativ mit einfließen zu lassen oder vielleicht gänzlich was ganz Neues zu generieren. Das ist so der Grundgedanke oder die Idee dahinter, mit der neumodischen Technologie, künstliche Intelligenz, einfach damit zu arbeiten und vielleicht da einen Mehrwert für das einzelne Mitglied rauszuziehen. Und ich würde jetzt mal ganz spontan, wie immer, meinen Bildschirm teilen, wenn ich denn wüsste, wie es geht. Gut, dafür muss ich mich noch als Moderator ernennen. Das war bis dato der Herr Kastenhuber. Und dann nehmen wir das hier. So, jetzt müsste man den sehen. Genau. Also, die Dativ-KI-Werkstatt, wie komme ich da überhaupt hin? Ah, man kann jetzt Folgendes machen. Man kann jetzt bei Google eingeben, Dativ-KI-Werkstatt, dann kriegt man einen Link, dann kommt man quasi zu dieser Seite oder man geht auf dativ.de und dann gibt es hier Startseite, Dativ, Dativ-KI und Dativ-KI-Werkstatt. Dann gibt es da ein paar Zusammenfassungen und hier geht es dann tatsächlich zur KI-Werkstatt. Und diese KI-Werkstatt, wenn ich die aufrufe, sieht das Ganze so aus. Also, ich muss mich logischerweise, weil es ein geschützter Bereich ist, mit meiner Smartcard oder Smart-Login anmelden, so dass sich dann quasi diese KI-Werkstatt öffnet. Und das ist sowohl für Steuerberater als auch für die Solution-Partner, also wir zugänglich. Also, wir haben da alle drauf Zugriff. Diese KI-Werkstatt hat aktuell, wie man ja sieht, hier fünf, respektiv theoretisch auch schon mittlerweile sechs Module mit enthalten und alle haben unterschiedlichste Themen, um was es da geht. So, und da würde ich einfach mal kurz durchgehen. Und zwar fangen wir mit dem bekanntesten einfach an, das Chat-GPD-GPT, so rum. Also, jeder kennt ja wahrscheinlich dieses, was in der Medien auch umgegangen ist, dieses Chat-GPT und die Dativ oder beziehungsweise dieses Chat-GPT kann man ja sozusagen auch frei erwerben. Und man kann es auch selber generieren, wenn man es möchte. Und Dativ hat daraus die Dativ-GPT gemacht. Heißt, wenn ich da mal jetzt draufklicke, habe ich einen ganz normalen Chat-Bot, wie man das halt auch von Chat-GPT kennt und wo man dann einfach sagen kann, lieber Chat-GPT, was ist das, was könnte ich damit machen und so weiter. Heißt aber im Umkehrschluss, weil es ja, wie gesagt, nicht wirklich öffentlich ist, zieht der aktuell nur die Quellen von der Dativ so ein bisschen hinein. Das ist nicht viel. Heißt im Umkehrschluss, es werden keine Internetquellen mit reingenommen, dieses GPT. Heißt, dass wir zwar hier in einem geschützten Bereich der Dativ sind, aber aktuell ist die Internetanbindung von diesem Dativ-GPT nicht angebunden. Heißt, ich kann jetzt hier reingeben, was ist heute für ein Wetter. Weiß ich nicht, ob die das mit hier drin haben, aber genau. Und dann wird natürlich hier kommen, ich kann euch das nichts zu sagen oder ich kann dazu nichts kreieren, weil ich keine Internetanbindung habe. Also letztendlich ist es so, dass wir natürlich hier, sind das Probierschritte, aber dieses GPT ist ein reiner Chat-Bot auf KI basiert. Heißt, ich kann hier den Fragen stellen, der kann mir etwas generieren, ich kann das benutzen, woanders hin kopieren, wie auch immer. Das wäre dieses GPT, also ein ganz normaler Chat-Bot, der allerdings nicht mit dem reinen Internet angebunden ist. Aber es wäre denkbar, das zu nutzen, wenn die Mitglieder sozusagen darüber abstimmen, dass man sagt, okay, das wäre was für mich. Und diese Abstimmung findet tatsächlich auch hier direkt in der KI-Werkstatt, findet das statt. Also hier unten sieht man das auch, neue Prototypen. Ist das ein Mehrwert für mich? Ist das kein Mehrwert für mich? Ist das eine reine Weiterentwicklung notwendig dafür? Also da kann man tatsächlich abstimmen. Das heißt, ich habe hier schon abgestimmt, aber das, wie gesagt, könnt ihr auch selber machen. Aber die Abstimmung, ob das jetzt ein Mehrwert bieten würde in der Steuerberatung oder uns als Kanzlei, das kann man direkt machen. Das direkte Feedback geht in die Abteilung und dann überlegt man, was man damit machen kann. Davon abgesehen, könnte man natürlich auch den Einspruchsgenerator, und das ist so ein ganz nettes Feature. Heißt, wenn ich jetzt ja zum Beispiel einen Einspruch schreiben möchte oder ein Mitarbeiter soll einen Einspruch schreiben und der ist da noch nicht so Firmen drin oder noch nicht so wirklich im Thema, aber ich gebe dem zum Beispiel irgendwelche Quellen mit oder ich sage da, was weiß ich, ich gebe da mal ein, Umzugskosten nicht anerkannt, und dann soll er daraufhin einfach nur einen Einspruch erstellen und das kann er tatsächlich dann hier auch machen. Er würde uns komplett, ja, ein Briefinhalt sozusagen erstellen mit Quellen zu irgendwelchen Gesetzesgrundlagen etc. Das heißt natürlich nicht, dass das vielleicht korrekt sein sollte oder kann, aber er könnte jetzt in dem Beispiel direkt den Text nehmen in seinen Word oder wo auch immer in seine E-Mail überführen und hätte sofort einen Einspruchstext, den man zum Beispiel entweder über Einspruch senden, über die Datensoftware senden oder halt per E-Mail oder per Brief an das Finanzamt senden kann und dann hätte man das sofort fertig. Ja, man könnte jetzt aber auch sagen, wenn man jetzt hier so eine, wenn man ein bisschen tiefer drin ist, dass man hier noch zum Beispiel so ein BFH-Aurteil mit reinnimmt, weil man das kennt, kann man das natürlich alles mit eingeben und er würde mir sozusagen den Text komplett selbstständig zusammenbauen und wir hätten hier die Möglichkeit, einfach direkt den Text zu nehmen und so schnell haben wir es nicht zusammengeschrieben mit Rechtsprechungen etc. Also das heißt, der Einspruchsgenerator kann uns auch bei komplizierteren Tätigkeiten vielleicht unter die Arme greifen, mit irgendwelchen Rechtsquellen auch das zu hinterlegen. Natürlich muss man die auch in irgendeiner Weise natürlich selber prüfen auch dafür, das ist ja unser Job normalerweise, aber wir sind da relativ zügig eigentlich in der Einspruchserstellung und das ist halt der Grundgedanke dieses Generators, dass er relativ zügig und schnell auf eine Gegebenheit uns Texte formulieren kann. Und nochmal der Hinweis, es ist ein Prototyp, also es ist nichts Öffentliches, aber hier könnte sich die Date vorstellen, dass man das im Kontext des Einspruchsverfassens in die Date-Software zum Beispiel mit integriert. KI unterstützt heißt, er lernt auch logischerweise mit der Zeit oder auch wenn die Quelle Internet mit angeschlossen ist, wird das wahrscheinlich dann auch logischerweise mit einfließen. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine Chatbot-Funktion, sondern wir haben auch tatsächlich schon spezifisch auf unseren Berufsalltag einen Generator sozusagen geschaffen. Dann hat die Date 4 einen Jobbinator mit reingemacht. Die Wörter, ob die nachher so bleiben, sei mal dahingestellt, aber wir haben eine Fachkräftemängel, wir wollen irgendwelche Stellen aufschreiben, wir wissen aber nicht wie, dann geben wir Geld aus für irgendwelche Unternehmen, die für uns das tätigen und im Prinzip ist es tatsächlich so, dass wir hier über den Jobbinator können wir eine Stellenanzeige sozusagen raushauen. Das heißt, wenn wir jetzt hier sagen wir mal Steuerfachangestellter, Qualifikation, gern auch Berufsanfänger meinetwegen, die Aufgaben ist Buchhaltung, Jahresabschluss, Steuererklärungen. Wenn man es auch richtig schreibt. Benefits gibt es bei mir, ich weiß nicht, einen Firmenwagen und ein Fahrrad, was weiß ich. Und dann könnte man zum Beispiel diese Stellenanzeige erstellen lassen und hier oben sieht man schon, für wo oder für was soll diese Stellenausschreibung sein, soll die über die Firmenwebseite laufen, soll das ein LinkedIn-Post sein, soll es ein Facebook-Post oder ein Instagram-Post sein und je nachdem wird das halt sozusagen aufbereitet. Und man sieht, ich habe mit wenigen Klicks oder wenigen Wörtern, hat er mir eine wunderschöne Stellenanzeige geschrieben. Wir müssen nicht irgendwie gucken, passt das so, passt das nicht, sondern es ist halt ganz gut mit enthalten und wir können natürlich auch den Stil umändern, wenn wir jetzt sagen, das habe ich tatsächlich nicht ausprobiert, vielleicht ein bisschen lustig, ich weiß gar nicht, ob das funktioniert, schauen wir mal. Genau, auch das geht, also wenn man möchte, geil, du jonglierst mit Zahlen, wie andere mit Bällen, sind mega geil. Auf jeden Fall kann man diesen Stil sozusagen auch hier ändern und auch da tun sich ja manche schwer, gerade mit Jüngeren, vielleicht kommt das nicht mehr so gut an mit diesen formenförmlichen Wörtern, sondern wir wollen es vielleicht ein bisschen netter gestalten, auch das wäre hier im Stil des Schreibens auch möglich, das zu verändern und das finde ich ganz nett und wie gesagt, runtergemünzt auf zum Beispiel Instagram macht dieses Stil lustig natürlich schon viel Sinn, weil da doch schon mehr jüngere Leute unterwegs sind, aber man sieht halt, es wird genau aufgebaut. Bei Instagram ist es halt so, dass man da mit ein paar Emojis arbeiten muss und so weiter, damit das ganz gut mit rüberkommt, ein bisschen aufgelockert wird und das wird halt alles dabei berücksichtigt bei diesem ganzen Thema, dass wir sagen, jawohl, wir haben hier mit dem Jobbinator eine Möglichkeit, KI-basiert mit wenigen Klicks auch eine Stellenausschreibung vorzubereiten. So und dann haben wir noch den Social Media Assistent, heißt auch hier haben wir noch die Möglichkeit zu sagen, ich möchte irgendwas Tolles über die Kanzlei sagen oder ich möchte sagen, ich weiß nicht, Thema E-Rechnung, möchte ich was posten, das soll aber nicht formell sein, sondern das soll er, was weiß ich, ich weiß nicht, ob das geht, knackig sein und das wollen wir in LinkedIn posten und die Zielgruppe sind in dem Moment nicht Steuerberater, sondern Mandanten und dann soll er hierüber einfach mal einen Inhalt erstellen und ich denke, das hilft den einen oder anderen, der sein Social Media Produkt selbst gestaltet, halt hier mit einfließen lassen. Gleich mit Hashtags, so wie das sein sollte, so dass man eine größere Breite hinbekommt in den Social Media Sachen. Heißt, die KI-Werkstatt oder hier in dem Fall der Prototyp des Social Media Assistenten, auch hier ist die Dativ sehr stark mit dabei und man sieht, mit drei Klicks oder mit drei Sachen habe ich hier die Möglichkeit, mir meinen Post, meinen Beitrag rauszuhauen und ich könnte sofort das posten und alle sind glücklich. Heißt, ich muss mir nicht lange überlegen, ich muss nicht lange irgendwas mir da vorstellen und genau das soll es hier in dem Moment mit dem Social Media Assistenten dann sein. Und dann gibt es noch den Summarizer, heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel komplizierte Texte haben, heißt, komplizierte Texte wie, weiß ich nicht, ich habe irgendwo, wie sagt man, ein Urteil von irgendwelchen Gerichten und das soll in irgendwelchen kurzen, stichpunktartigen Sachen zusammengefasst werden, also das heißt, dass wir hier einen langen Text zum Beispiel haben und diesen langen Text können wir sozusagen zusammenfassen oder soll er zusammenfassen in fünf Highlights und mit Stichpunkten versehen, auch das kann auch diese Werkstatt, dass man sozusagen mit dem Summarizer sozusagen das Thema mit längeren Texten, die vielleicht für den einen oder anderen nicht so verständlich sind, das in kurzen, formellen oder knackigen oder lustigen Sachen einstellt, sodass das jeder auch versteht sozusagen, also vielleicht auch ganz interessant für den Mandanten sozusagen auch sein wird. Kurzrum, die Dativ-KI-Werkstatt ist zwar eine Werkstatt, aber die Dativ, wie eingangs schon erwähnt, möchte mit diesem Produkt natürlich nicht nur Spaß hervorbringen und weil es mal gerade lustig ist, sondern hat auch einen ernsten Hintergrund, wir wollen oder wir wollen auch diese Sachen in die Dativ-Software irgendwann mit implementieren und was eignet sich da besser, als das vorher mal zu testen und zu probieren, ob das auch wirklich sinnig ist, also auch hier werden neue Wege gegangen, Dativ-seitig und tatsächlich das ein oder andere, ob es der Einspruchsgenerator, der Summarizer oder der Dominator ist, macht natürlich auf der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Produkt auch tatsächlich Sinn, das gegebenenfalls mit einfließen zu lassen und ganz wichtig halt die Technologie dahinter ist KI, also künstliche Intelligenz heißt, er lernt auch mit der Zeit, er wird immer besser und er versteht uns dann auch, wie wir so ticken, weil wenn wir die Texte natürlich logischerweise anpassen, auch daraus lernt denn dieser KI-Bot und wird dann immer besser auch uns verstehen, wie wir ticken in der Kanzlei, auch speziell runtergebrochen auf die jeweilige Kanzlei, auch da gibt es natürlich auch Unterschiede und das ist so die Dativ-KI-Werkstatt, wo wir einfach sagen, okay, ist interessant, hört sich gut an, sind sehr, sehr gute Ansätze, wir können es heute schon mal probieren und ich finde tatsächlich, also für Leute, die sich auf den Social-Media-Plattformen halt rumtummeln wollen, ist es immer eine ganz gute Möglichkeit, wer nicht selber Texte ausdenken möchte, kann hier mit diesem Social-Media-Assistenten eigentlich ganz gute Sachen erzielen, da hat die Dativ schon ganz gut vorgearbeitet und den sechsten Punkt, den habe ich aktuell noch nicht drinne, ist, das ist auch sehr interessant, ist, frag Lea. Wer es schon mal gehört hat, Lea, Lea ist im Prinzip von Lex, wer ist Lex? Lex in Form, sagt wahrscheinlich dem einen oder anderen was, heißt hier, die Lea, die ist neu, heißt, wir können natürlich über die Lea ja, Steuer fragen und sie beantwortet uns diese und dann auch wieder denselben Formaten wie kurz und knackig, lustig, was auch immer, also das heißt, direkte Sachen hier in dem Moment zu implementieren auf Basis von BMF-Schreiben, von Dokumente in der Date, Verlagsweisen, von den Gesetzesgrundlagen, also verschiedenste Möglichkeiten, also im Prinzip die Basis-Selex in Form und das ist immer schon gut zum Nachlesen und fragt Lea, ist denn, baut das alles KI-basiert ein bisschen mehr zusammen, sodass wir da auch Unterstützung bekommen und da einfach kurz und knackig oder lustig oder formell oder was auch immer diese Texte generieren lassen können. Ja, und das war uns heute mal wichtig, dass wir einfach mal diese KI-Werkstatt einfach mal vorstellen, weil man hat es vielleicht schon mal irgendwo gehört und was soll das überhaupt sein, ist das überhaupt wichtig für mich, interessiert mich das überhaupt und da wollten wir uns, haben wir uns einfach gedacht, komm, wir stellen das einfach mal kurz und knackig vor und sagen, jawohl, das ist die KI-Werkstatt, die KI-Werkstatt haben, ja, es sind zwar Prototypen, aber wir können da halt tatsächlich mitgestalten, indem wir einfach diese Sachen einfach mal ausprobieren und ich bin ehrlich, das eine oder andere ist tatsächlich heute schon verwendbar für Sachen, die wir vielleicht einfach mal benutzen und es ist halt in unserer Mitgliedschaft mit dabei und warum sollen wir es nicht mal ausprobieren und wenn wir es schon ausprobiert haben, können wir auch mal da auch Stimmen dazu abgeben und ob wir da auch eine Weiterentwicklung zu haben wollen und das ist dann im Endeffekt nachher schließlich irgendwann auch in den unseren eigentlichen Dativ-Produkten irgendwann dann auch mit auftaucht und das ist halt tatsächlich der Grundgedanke hinter dieser Dativ-KI-Werkstatt. Ja, damit wäre ich eigentlich schon fertig. Da kommt der Ralf, auf den habe ich gewartet und freue mich und frage mich, ob es überhaupt Fragen gibt. Ja, sind tatsächlich schon Fragen reingekommen. Herr Mäns, können Sie bitte mal FragLea an einem praktischen kleinen Beispiel zeigen? Leider nicht, weil wir als Partner, weil Lea ist neu, leider keinen Zugriff auf die Lea aktuell haben. Da seid ihr als Mitglieder immer noch ein bisschen von Vorteil. Ich, wir als Solution-Partner nicht so schnell, aber FragLea, ja, was könnte das praktische Beispiel sein? Nehmen wir mal, auch wenn es vielleicht banal ist, die E-Rechnung. Die E-Rechnung wird ab 1.1.25 Pflicht. Was ist denn die Gesetzesgrundlage dafür? Gibt es da irgendwelche Ausnahmen? Soll ich da irgendwelche Sachen mal, weiß ich nicht, irgendwelche Gesetzesgrundlagen mit reinnehmen und das könnte tatsächlich die Lea für einen erledigen? Das heißt, dass man sagt, liebe Lea, gib mir mal den Sachverhalt E-Rechnung aus für den Mandanten in weiß ich nicht, in klarer Formulierung mit Gesetzesinhalten aus dem Wachstumschancengesetz beispielsweise. Also nur mal so grob überspitzt und dann gibt Lea halt eine Antwort und tatsächlich, da geht es natürlich auch noch weiter, auch die mündliche Spracheingabe und mündliche Sprachantwort wird es auch demnächst irgendwann auch geben, heißt, da arbeitet man tatsächlich mit dem deutschen Amazon zusammen, ne, stimmt nicht, nicht Amazon, ich weiß es nicht mehr, mit irgendeinem Arbeiten zusammen, die da so führend drin sind, dass man sozusagen mit Spracheingabe und Ausgabe auch etwas erzielen kann und da ist Lea natürlich ganz weit vorne, weil, frag Lea ist, wie Siri, wie heißen die anderen, die anderen, Ralf hier von Amazon, wie heißen die, Alexa, genau, also das ist ja im Prinzip alles dasselbe, auf dieser Basis soll es dann irgendwann stattfinden, aber was Praktisches kann ich es leider jetzt nicht zeigen, würde ich gerne, aber wir sind dann noch hinten dran. Leider noch nicht, aber ich denke mal auch vielleicht im Laufe des Jahres nochmal ein Webinar Teil 2, wo wir vielleicht dann auch die neuen Funktionen natürlich mit vorstellen können, wenn die Software soweit ist. Ich würde jetzt eine Anschlussfrage zu Lea nochmal stellen, dann nochmal eine Frage zurückspringen, zu Frage Lea, die Dativ gibt selbst als Beispiel Firmenwagen, erkläre mir bitte die Besteuerung einer Firmenwagenüberlassung bei Arbeitnehmern. Es wäre zum Beispiel so, genau, weil es ja auch ein komplexes Thema ist und das vielleicht in einfachen stichpunktartigen Sachen vielleicht mal einfach erklärt und dann gucken wir, was rauskommt. Genau. Eine andere Frage zu der Frage davor beziehungsweise Ergänzungsfrage, bitte auch den Summarizer mal zeigen. Haben wir da vielleicht gerade mal ein konkretes Beispiel? Vielleicht den Webinartext oder so? Ja. Also hier ist ein Text drin, hier ist zum Beispiel mit Chancen und Risiken, wir können steuerbare künstliche Intelligenz für ihre tägliche Arbeit nutzen. Einerseits so, andererseits so, also hier ist ein ganz, eine Fachkräftemengel, also ein ganz langer Text sieht man ja hier, 6.325 Zeichen sind das, es soll formell geschrieben werden, ich tatsächlich weiß ich gar nicht, ob ich jetzt, wenn ich jetzt hier mal lustig reinmache, bin ich mal gespannt und dann sage ich mal Text zusammenfassen und er wird jetzt den Text zusammenfassen als lustig mit einer Eingabe mit den fünf Stichpunkten. Ja geil. Zieht eure Lachmuskeln straff und macht euch bereit für eine Zusammenfassung, die so lustig ist, dass ihr... Okay, ist natürlich schon ein krasser Shit, aber ja, ich habe ja lustig gesagt, man kann natürlich auch sagen, ich möchte es knackig haben, aber das denke ich ist tatsächlich ein Beispiel, was es sein könnte. Ich gebe mir irgendein Beispiel, ich trage es da gerne ein, aber ich brauche halt ein bisschen Text, damit er natürlich auch den Text zusammenfassen kann, aber im Endeffekt ist es dasselbe. Ich möchte es jetzt ein bisschen knackig haben, ich möchte mit fünf Stichpunkten das haben, ich kann das auch anders reinschreiben, wenn ich die Highlights anders highlighten möchte, das würde er dann quasi umsetzen und er hat quasi aus diesen 6.325 Zeichen, die wir ja haben, hat er hier so einen kurzen Text raus gemacht und im Prinzip steht das drin, was er, was in diesem Text drin steht. Genau, das ist der SunRacer. Da probiert es auch schon jemand aus, wenn ich die KI-Werkstatt mit Dativ-Smartcard-Anwendung öffnen möchte, halte ich eine Fehlermeldung bei der Anmeldung, obwohl der Stick aktiviert und grün ist. Haben Sie eine Beschreibung von der Fehlermeldung? Können Sie uns die vielleicht eben... Dann einfach mal oben, hier oben einfach mal, dass wir alles wegmachen, also so hier, dass da ki-Werkstatt.apps.dativ.de und dann nochmal ändern drücken, manchmal klappt das. Ganz eventuell funktioniert auch manchmal tatsächlich einfach den Cache lernen, also quasi den Browser-Verlauf, Browser-Cache einmal lernen. Da gibt es manchmal auch ein paar Komplikationen zwischen Smartlogin und Smartcard, dass da die Authentifizierung nicht ordentlich läuft. Ansonsten gerne nochmal kurz ein Snipping schicken, dann können Sie sich das im Nachhinein nochmal anschauen. Genau. Ja. Das wäre es. Vorherst? Also bisher kommen keine weiteren Fragen ein. Also für uns war heute nur, genau, also für uns war heute wirklich bloß wichtig, dass mal auch, kann ja mal kürzer sein, ist ja auch okay und die, und für uns ist wirklich nur wichtig, dass ihr einfach mal wisst, okay, das gibt es mittlerweile auch schon, wow, krass, wie komme ich da überhaupt hin und was kann das Ding aktuell und das Ding ist nochmal, es sind Prototypen, steht auch überall drauf, es ist nichts, es hat nichts mit einer fertigen Software zu tun. nochmal, ja, also das ist wirklich wichtig, dass man das versteht, deswegen heißt das Werkstatt, aber hier geht es wirklich darum, die künstliche Intelligenz, was Dativ heute so schon hat und vielleicht auch in ihren Produkten mit einfließen lassen wird und das wird so kommen, ja, was da heute schon geht und das ist halt das Schöne dabei, wir sind nicht mehr drauf gepicht und warten einfach mal 500 Jahre, bis irgendwas kommt, sondern wir können heute schon mitreden und deswegen macht es umso mehr Sinn, wer sich mit dieser Werkstatt auseinandersetzt, natürlich hier unten auch, die Abstimmungen sich mit anschauen zu können, also ich weiß gar nicht, Bewertungen bearbeiten kann ich das, genau, also hier brauche ich sowas, was brauche ich denn noch zukünftig, also die Dativ plant zum Beispiel einen Translator, also sprich Texte automatisch von einer Fremdsprache in Deutsch oder andersrum übersetzen zu lassen, brauche ich einen Hilfe-Bot, weiß ich nicht, ja, so, das sind alles so Sachen, die man dann hier mit drin hat und das kann man sozusagen abstimmen, genauso hier, ob ich einen Chat-GPT brauche oder einen Dativ-GPT brauche, brauche ich eine PDF-Zusammenfassung oder brauche ich das überhaupt, ja, und das halt kann man hier abstimmen und das würde dann die Dativ halt sehen und das ist halt ein ganz guter Indikator auch für die Dativ, will ich das weiter verfolgen, verfolge ich das wirklich weiter, macht das Sinn, ist da ein Bedarf dafür da, um dann im nächsten Schritt das in Ihre Software mit einbauen zu können, genau, und das war uns heute einfach mal wichtig, das mal mitzugeben, genau. Ja, und wenn nichts weiter ist, dann vielen, vielen Dank wieder auf den Zuschauen und und von meiner Seite wünsche ich noch gutes Schwitzen und die restliche Woche noch mit Arbeiten und ich übergebe noch mal an den Ralf. Ja, also wir gibt es halt immer zu sagen, du hast ja alles gesagt, wie gesagt, im Anschluss das Ganze auch per YouTube gerne verfolgen, gerne an die Kollegen mal verteilen, dass sie sich das auch mal anschauen können, um einfach einen ersten Impuls zu bekommen. Wenn Sie zukünftige Wünsche haben für Webinare, die Sie gerne mal hören möchten oder wo wir uns mal ein Stück weit noch mal für Sie reinfuchsen sollen, um das Ganze vielleicht noch mal aufzubereiten, lassen Sie uns das gerne entsprechend auf die Follow-App-Mail einfach zukommen, schreiben Sie in den Meldungsstern, mich, Ihren Grundverantwortlichen gerne an und wir versuchen, Ihre Wünsche dann auch recht zeitnah umzusetzen. Und dann auf meiner Seite aus noch eine schöne Restwoche, schöne Schwitzen, genießen Sie trotzdem die Sonntage und bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao. Ciao.